Lassen Sie mich noch kurz über ein paar weitere Betroffenenrechte reden. Neben den schon genannten sei noch erwähnt, dass der Betroffene ein Berichtigungsrecht hat. Das ist eigentlich hausverstandsmäßig erklärbar. Nicht, wenn die Daten falsch sind, müssen sie korrigiert werden. Er hat das schon genannte Recht auf Datenübertragbarkeit. Er hat ein Recht auf Widerspruch, wenn es keine entsprechende Rechtsgrundlage mehr gibt oder wenn er ausnahmsweise zustimmen, nicht hat zustimmen müssen, nicht hat einwilligen müssen, dann gibt es ein entsprechendes Widerspruchsrecht. Das ist nicht besonders relevant im öffentlichen Bereich. Er hat dieses Recht auf das Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung. Über all diese Dinge habe ich, glaube ich, im Ansatz schon geredet. Lassen Sie mich noch ein bisschen mehr reden über das Recht auf Vergessenwerden. Weniger deswegen, weil das jetzt im öffentlichen Bereich so wahnsinnig relevant wird, sondern eher deswegen, weil es in der internationalen, medialen und politischen Debatte rund um die Datenschutzgrundverordnung so eine Rolle gespielt hat. Auch deswegen, weil der EuGH in der sogenannten Google-Spain-Entscheidung ein solches Recht auf Vergessenwerden schon im geltenden Recht gefunden hatte, schon vor der Datenschutzgrundverordnung. Was ist das? Es ist im Grunde genommen ein ganz langer Text. Sie sehen hier den entsprechenden Artikel in der Datenschutzgrundverordnung. Es ist ganz viel Text, der zunächst einmal im Absatz 1 nichts anderes tut, als ein Recht auf Löschung so ähnlich, wie wir es schon kennen, zu formulieren, dass also der Betroffene einen entsprechenden Löschungsanspruch hat. Im Absatz 2 kommen dann entsprechend zusätzlich, das ist jetzt das eigentlich interessante, Ansprüche darauf hinzu, dass der Betroffene nicht nur einen Anspruch darauf hat, vergessen zu werden durch den Verantwortlichen, sondern dass der Verantwortliche auch Dritte informieren muss darüber, dass der Betroffene ein entsprechendes Löschungsbegehren gestellt hat. Das ist also wieder, Achtung, Bingo, ein typischer Facebook-Fall, nicht das, was da vor Augenstand war. Ich poste irgendetwas auf meiner Webseite, auf meinem Profil auf Facebook, das wird von 15 meiner Freunde geteilt. Dann ist es mir peinlich, weil ich dieses Foto eben nicht mehr im Netz haben möchte. Dann führt dieses Recht auf Vergessenwerden dazu, dass ich nicht nur möglicherweise einen Anspruch darauf habe gegenüber Facebook, dass dieses Foto gelöscht wird, sondern dass ich auch einen Anspruch darauf haben soll, dass Facebook seinerseits meine 15 Freunde, die dieses Bild geteilt haben, darüber informiert, dass ich ein entsprechendes Löschungsbegehren gestellt habe. Es führt also nicht unmittelbar zu einem Löschungsanspruch gegenüber all den anderen, führt zu ganz komplizierten Interessensabwägungen, aber hat sowas wie das Ziel, dass eben das Internet nichts vergisst, ein bisschen besser als bisher bewältigbar zu machen. Nach meiner persönlichen Einschätzung wird das mit diesem Artikel 17 in dieser Form aller Voraussicht nicht gelingen, wesentlich auch deswegen, weil es ganz wichtige Ausnahmen gibt, zum Beispiel die Ausnahme, dass dieses Recht auf Vergessenwerden dann nicht greift, wenn das Geltendmachen dieses Rechts in die Informations- und Meinungsfreiheit eingreifen würde. Wer sich darüber näher Gedanken machen möchte, liest am besten Artikel 17 Absatz 2, da steht also drinnen, wie das im Konkreto ausformuliert ist und merkt sich aber, wenn er sich nicht damit näher oder Sie sich nicht näher damit beschäftigen wollen, einfach nur, es gibt eine entsprechende It-Depends-Regel auch da drinnen. Der praktische Anwendungsbereich wird meiner Prognose nach relativ gering sein. Das ist hauptsächlich Politik und Politik PR gewesen. Jetzt nichts, was Ihnen unmittelbar in Ihrem Alltag allzu sehr über den Weg kommen wird, denke ich. Stärker über den Weg kommen werden Ihnen allerdings die unterschiedlichen Instrumente, mit denen die Datenschutzgrundverordnung versucht, die Betroffenenrechte stärker als bisher durchzusetzen. Das ist ein Katalog, mit dem dieses Compliance-Problem, das also Datenschutzrecht zwar ganz viele Prinzipien kennt und ganz viele Anforderungen stellt, aber trotzdem bisher eigentlich weitgehend ignoriert wurde, dieses Compliance-Problem stärker als bisher in den Griff zu bekommen. Deswegen gibt es mehr an Instrumenten zur Stärkung der Betroffenenrechte und die werden Ihnen, glaube ich, in Ihrem Alltag doch recht schnell über den Weg laufen, weil einiges davon schon im Vorfeld Beachtung verlangt und weil einiges davon schnell aufs Tapet treten wird, wenn Sie das erste Mal einen Betroffenen haben, der seine Rechte geltend machen möchte oder aber wenn Sie das erste Mal jemand einen Fall vor sich haben, wo es dann richtig schnell richtig schlimm, wo dann irgendwas wirklich schiefgegangen ist, also ein Privacy Breach oder Ähnliches vorliegt. Das wird Ihnen in jedem Fall früher oder später blühen, dass Sie sich mit diesen Betroffenenrechten beschäftigen und viele von Ihnen haben das wahrscheinlich an erster Stelle schon getan, denn das wahrscheinlich wichtigste neuartige Instrument, jedenfalls in Österreich neuartig, in Deutschland gibt es das auch schon viel länger, übrigens bei weitem nicht so erfolgreich, wie man das vielleicht von außen glauben würde, aber das ist eine andere Geschichte. Also das erste aus österreichischer Perspektive neuartige Instrument ist das Instrument des Verarbeitungsverzeichnisses. Was heißt das? Das heißt, dass der Verantwortliche zunächst einmal Buch führen muss darüber, was überhaupt in seinem Unternehmen oder in seiner Behörde, in seiner Stelle datenverarbeitungstechnisch los ist. Das ist die Ablösung der alten DVR-Nummer und geht über diesen reinen Papierkram der DVR-Nummer hinaus. Es verlangt nämlich relativ viel an Dokumentation im Vorfeld. Wenn Sie also dieses Video jetzt sehen und bisher noch kein Verarbeitungsverzeichnis haben, dann ist es dafür zu spät, also wirklich dunkelrot und ganz, ganz dringend zu erledigen, weil nämlich dieses Verarbeitungsverzeichnis, wie gesagt, die Voraussetzung dafür ist, dass Sie überhaupt die anderen betroffenen Rechte garantieren können, weil Sie erst über das Verarbeitungsverzeichnis einen Überblick darüber bekommen können, was eigentlich bei Ihnen so los ist. Sie müssen in einem solchen Verarbeitungsverzeichnis, das Sie übrigens schriftlich führen müssen, wobei schriftlich auch elektronisch sein kann, also irgendwo muss das jedenfalls liegen. Es reicht nicht, dass das der Datenschutzbeauftragte im Kopf hat oder der Firmenchef weiß, was im Unternehmen so los ist, sondern es muss irgendwo schriftlich vorliegen, insbesondere dann, wenn Sie ein Unternehmen sind mit mehr als 250 Mitarbeitern oder eine öffentliche Stelle, dann müssen Sie ein solches Verzeichnis führen. Sie müssen es, wie gesagt, schriftlich führen und Sie müssen darin alle die Verarbeitungstätigkeiten, die unter Ihre Zuständigkeit fallen, aufzeichnen. Das ist nicht öffentlich, das ist interessant. Also der Betroffene hat darauf, kann jedenfalls nicht einfach so mal kurz im Internet nachschauen, welche Daten in irgendeinem Unternehmen eigentlich verarbeitet werden oder in irgendeiner Behörde. Es ist nicht öffentlich, aber es ist der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen und die Aufsichtsbehörde wird regelmäßig dann danach fragen, wenn sich bei ihr irgendein Betroffener beschwert hat, dann wird das vermutlich der erste Schritt sein, der in aller Regel gegangen wird. Und wenn Sie schon an dieser Stelle ein Problem haben, dann wird das das weitere Verfahren nicht besonders positiv beeinflussen. Wichtiger noch als diese verfahrenstechnische Überlegung ist aber, dass Sie ohne Verarbeitungsverzeichnis alle anderen betroffenen Rechte nicht garantieren können, weil Sie daher ganz sicher nicht compliant sein können, weil Sie nämlich gar nicht wissen, was in Ihrem Unternehmen los ist. Dieses Verarbeitungsverzeichnis ist also auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Chance, weil es nämlich sicherstellt und ich weiß aus vielen praktischen Erfahrungen, dass diese Anforderungen jetzt auch gerade eingelöst wird, weil es nämlich sicherstellt, dass im Unternehmen oder in der Behörde endlich einmal ein Überblick darüber geschaffen wird, was da jetzt überhaupt los ist. Und dann kommen irgendwelche Personalakten aus den 40er Jahren plötzlich zum Vorschein oder es kommen Urlaubsscheine aus den 70er Jahren zum Vorschein oder, oder, oder. Lauter Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, die also schon längst hätten gelöscht werden müssen. Und das Bearbeitungsverzeichnis und damit jetzt endlich ernst zu machen. Sie müssen in diesem Verarbeitungsverzeichnis relativ sorgfältig eine Menge Dinge, die im Artikel 32 näher umfasst werden, klarstellen und sicherstellen. Und Sie müssen, noch mal gesagt, darauf relativ schnell und relativ zeitnah Auskunft geben können. Und schon an dem Verarbeitungsverzeichnis und an seiner Qualität wird also deutlich werden, wie ernsthaft es mit dem Datenschutz Datenschutz in der jeweiligen Behörde oder im jeweiligen Unternehmen liegt. Weswegen das auch sozusagen der erste Lackmustest ist, an dem man die Funktionalität der Datenschutzpolicy in einem Unternehmen oder einer Behörde testen wird. Und es deswegen auch ein zentraler Anknüpfungspunkt für den oder die Datenschutzbeauftragten im Unternehmen wie auch für die Behörde sein wird. Anknüpfungspunkt 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 Anknüpfungspunkt